hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen folge von cube world ja wir sind hier immer noch auf dieser komischen insel es wird langsam dunkel ich habe angst nein spaß beiseite wir suchen uns jetzt erst mal einen schlafplatz und dann wandern wir mal weiter nach eine katze hallo katze weiter nach was das denn da oder sie fliegen die lassen wir in ruhe und dann wandern wir jetzt mal richtung so wir fahren mit unserem bötchen auf diese kleine fuzzi insel da ja ein lagerfeuer haben wir hier aber mehr auch nicht wir könnten uns mal eben was machen was haben wir denn noch wir könnten mal hier ja so dann machen wir noch mal ein paar so dann haben wir ganz viel gesammelt mushroom spit plus 38 das ist ja der hammer da kommt noch unser freund nach 20 stück ja die schaffen wir noch und dann wollen wir mal weiter richtung westen ziehen oder besser mit unserem bötchen schippern ja ja so noch sieben sechs fünf vier ja wir nähern uns im ende fertig okay super so und abgepost ja dann wollen wir mal schauen wir mal was wir jetzt hier so alles entdecken das bötchen ist richtig geil das finde ich so cool so da haben wir schon wieder ein inselchen schippern wir mal drumherum okay hier ist nix irgendwie schlafplatz mäßig dann schauen wir mal da wir klettern mal ein bisschen so gucken wir mal was haben wir denn hier ein riesenberg ob man da wohl rauskommt weil wir probieren zwar cool wir sind schon mal eine eine stufe höher hier kann ja kann man hier hochlaufen nicht wirklich okay wir gucken mal ob wir da vielleicht hochkommen nur mal eben aufladen lassen das wird eng okay wir gucken mal attacke sie müssen wir aufladen wir schaffen wir schaffen wir schaffen jetzt aber war abgestürzt ok ich habe nicht treibend sind gar nicht So ein Kack. Ich glaub das doch wohl nicht. Ich glaub das alles nicht. Uua. Oh, nix wie weg hier. Das ist hier so ein Kack-Island. Wow. Hui. So, jetzt aber nix wie Richtung Westen. Immer durchs Dunkle. Wow. Guck mal, was sagt denn unsere Karte? Oh mein Gott. Tja, hier ist nicht viel los, ne? Und wir haben noch einen verdammt weiten Weg vor uns. Okay, wir werden mal weiter schippern. Gucken wir mal da hinten, was da so los ist. Oh, wir brauchen dringend mal was zu futtern. Okay, wir werden eben was nehmen. Und dann müssen wir unser Bötchen wieder nehmen. Okay, Bötchen los und ab und passt. Das sieht auch sehr dunkel da aus, die Insel. Gibt's denn hier nirgendwo Schlafplätze? Was ist denn das für ein Kack, du? Komm jetzt, lass doch mal was sehen. Ähm, auf jeden Fall ist das da eine größere Insel. Okay, wir gucken mal. Okay. Hui. Meine Herren, ist das hier dunkel. Wahnsinn. Aber das ist schon eine größere Insel. Hallo. Ja. Und wie wir sehen, sehen wir nichts. Uhuhu. Reins of Therion. Oh, gruselig, gruselig. Wow, plus eins. Oh, Kacke. Wow, fünf XP. Oh, wir können uns eine Eisenachs bauen. Uhuhu, nehmen wir mit. Oh, die Gegner hier sind scheinbar etwas stärker. Nee, ich glaub, da möchte ich jetzt gar nicht erst. Oha. 5 XP. Wow, wir müssen abhauen. Boah, ist das hier ne Kacke. Siehren wir ja gar nix. Du, 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 du. Das ist schon eine interessante, interessante Insel hier. Aber trotzdem noch ein bisschen. Oha. Die Brenner. Boah, der wird schwer, der wird schwer, alter. Boah, der wird schwer, alter. Boah, wir hauen ab. 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 Ab ins Wasser, schnell. Hilfe! Hilfe! Scheißen Dreck. Nichts wie weg hier. Wo ist denn eigentlich unser Freund? Na, da ist er. Ja, schön, dass du auch mal kommst. Boah, ist das hier dunkel. Zombie Island, Hilfe! Hilfe! Oh, tot. Boah, Wahnsinn. Oh, da ist ein Lagerfeuer. Ein Lagerfeuer. Ein Lagerfeuer. Ja, ja, ja. Wir kommen, wir kommen, wir kommen. Hilfe! Oh, eine. Cool Augenblick. Das müssen wir erst mal. Super. Super. Oh, bloß ab doch. Okay, dann gehen wir einfach Richtung Westen weiter. Come in. Come on. Shipper, shipper. Wir shippern weiter. so wir könnten ja mal ein bisschen richtung richtung da schippen war ja das ist eine gute idee so südwesten da ist nämlich eine stadt dann gucken wir mal was da so auf uns wartet wir sind also kleine fuzzi inseln da hinten ist oder ist licht da ist licht kinder ist licht feuer ja das war doch schon wieder mehr als vorher haben wir nicht okay und weiter geht's meine herren ist das hier öde komm jetzt wo sind wir denn wir sind auf dem richtigen weg ok weiter geht's so da hinten ist irgendwo eine stadt was es auch immer für eine sein mag ich bin sehkrank ich bin total nein spaß beiseite so mal gucken das hier nicht so ich muss noch was passieren ja so in diese richtung ja dann warten wir mal was so passiert bewegen wir uns eigentlich von der stelle ja ne ja da kommt land land in sicht land in sicht komme lücken jetzt gibt man gummi hier oder ist schon ein großer großes land großes land ja das sieht gut aus aber hier ist kein licht und wir stoßen auf land ok man sieht hier aber sehen wir viel hohohoho ist ja wahnsinn da ist eine stadt da ist eine stadt talron city jo willkommen cool wir haben die nächste stadt entdeckt und zwar sagen oder was kräftigen gestrickt ja supi geil das war ein häuschen jetzt gehen wir eine runde schlafen ich möchte nur eine runde schlafen können wir hier schlafen hallo 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 wupp 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 oh da ist jemand hallo 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 ja hab ich oh da ist in betten ja wir gehen schlafen ja schlafen aber ja nach